Ich will nicht wachsen, ist Schwachsinn. Weil das wäre so ungefähr so, wenn die Natur im Frühjahr sagt, ich wachse nicht. Dann wird es keinen Sommer geben. Dafür gibt es die Jahreszeiten und unternehmerische Jahreszeiten gibt es halt nun mal auch. Herzlich willkommen zu einer neuen Emolution-Podcast-Folge. Heute wieder im magischen Duo hier. Worüber reden wir heute? Ich habe mir Folgendes überlegt. Und zwar bin ich mal in mich gegangen. Ich bin mal in mich gegangen in den letzten Wochen und habe mal überlegt, okay, was ist denn eigentlich eine Sache, die ich immer wieder sehr, sehr oft beobachte, die einfach auffällt. Und das ist Folgendes. Und zwar, die Leute, jetzt speziell Makler, handeln immer erst dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also so nach dem Motto, der Schmerz muss erst so maximal groß sein, damit ich reagiere, damit ich etwas ändere. Also das fehlende Antizipieren von dem, was in Zukunft passieren kann. Das heißt beispielsweise, jetzt gerade hat man ein Momentum, wo halt mal viele Empfehlungen reinkommen. Man hat ein paar Objekte. Alles gut, ich muss nichts machen. Und es wird nicht daran gedacht, dass dieses Momentum auch mal aufhören wird. Ich sage bewusst wird, weil es wird definitiv. Also es gibt immer eine dynamische Veränderung. Das erst mal so ganz kurz und knapp. Wir können das ja jetzt mal Stück für Stück so ein bisschen auseinandernehmen und weiter ausführen. Was sagst du erst mal dazu? Also ja, Beobachtung teile ich voll. Jetzt muss man sich natürlich auch mal schauen, ist das nicht irgendwie sogar normal? Also ist das nicht ein ganz normales Verhalten? Und da würde ich fast sagen, also es ist ein übliches Verhalten. Also total üblich. Weil warum soll ich mich denn irgendwie mit einem Problem beschäftigen, wenn ich aus meiner Sicht jetzt aktuell keins habe? Du meinst jetzt den Instinkt normal, also dass der Instinkt das zu tun normal ist? Oder wie kann ich das verstehen? Also ich sehe das auf der Stufe von dem, was ist mir bewusst, was ist mir real? Was kann ich sehen, was kann ich nicht sehen? Und das wissen wir doch alle, wenn alles cool läuft, wenn alles gut läuft, dann fühlen wir uns cool. Und dann ist alles easy und dann haben wir die rosa-rote Brille an. Das Wetter ist schön, die Sonne, keine Wölkchen am Himmel, supergeil, lass uns ins Strandbad fahren. So ungefähr. Das ist ja auch das Thema, wo Leute, wenn es einfach cool läuft, dass sie ja auch dann in dem Moment dumme Dinge tun. Inklusive uns ja auch. Also ich meine, ich habe ja auch oft genug bin ich in solche Fallen reingelaufen. Das ist tatsächlich, das hat was mit, was ist mir bewusst, was ist mein Zustand zu tun. Und letztendlich kann ich ja auch nur mir bewusst machen, wenn ich das überhaupt sehen kann. Also das heißt, ich sehe das Problem nicht, also kann es mir nicht klar sein. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber der Punkt ist, ich mache ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt ein kleines Kind habe und sagen wir mal, es gibt jede Menge Krankheiten, jede Menge Gefahren, die, ich sage mal, einem kleinen Kind zustoßen können. Wenn mir das aber als Vater überhaupt nicht klar ist, was da überhaupt alles passieren kann und mein Kind ist fröhlich, ist lustig, ist gut drauf. Sag mir mal einen Grund, warum ich jetzt darüber nachdenken könnte, dass es einen plötzlichen Kindstod geben könnte. Einfach mal so, das Kind wacht nicht mehr auf, schläft ein und auf einmal tot. Weißt du, verstehst du, das ist, wenn ich das nicht sehen kann, wenn mir das überhaupt nicht in irgendeiner Weise, dann kann ich auch nicht drüber nachdenken, dann kann ich auch nicht drauf schauen. So, jetzt nochmal auf den Makler übertragen, ich bin jetzt im Maklermove, ich habe ein paar Objekte und irgendwie läuft es, nehmen wir mal vor der Zinskrise, es geht ab wie die Hulle. Eigentlich kann jede Schrottbude, kriege ich verkauft für irre Preise und Konto ist voll, irgendwie funktioniert alles. Jetzt sag mir mal einen Grund, warum, also wem soll jetzt klar sein, wem soll jetzt bewusst sein, dass das vielleicht jetzt irgendwie in eine andere Richtung laufen kann. Und jetzt pass auf, lass mich das noch dazu sagen, jetzt kommt die Unterscheidung. Hast du deine Firma gut organisiert? Hast du deine Prozesse, hast du dein System im Griff? Hast du deine Mitarbeiter im Griff? Und hattest du vielleicht auch schon mal die ein oder andere Immobilie, wo es gezwickt und gezwackt hat? Weißt du auch, wie in einer schwierigen Situation etwas umzusetzen ist, etwas zu handhaben ist? Oder bist du halt so ein schöner Wettermakler, wo immer alles easy gelaufen ist bis jetzt und du hattest nie irgendein Problem? Weil wir können ja zurückdrehen. Lehman Brothers Krise 2008, 2009. Es gab so viele Krisen, schon so viele Probleme in der Vergangenheit und es waren immer diejenigen, die frühzeitig erkannt haben, da ändert sich jetzt was. Und dann auch das notwendige Bewusstsein hatten, hier pass mal auf, hier läuft, jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich vorsichtig sein. Das ist eigentlich das Ding. Warum ist es wichtig, zu antizipieren, dass die Situation, in der man gerade ist, nicht immer von Dauer ist? Okay. Und noch einen Zusatz, du hast nämlich gerade von, hast du deine Firma im Griff? Ist das alles organisiert? Mitarbeiter? Oftmals sind das ja aber die Leute, weil die Leute, die Mitarbeiter haben, ist zumindest meine Beobachtung jetzt speziell in unserer Branche, nicht allgemein. Das sind schon Leute, die oftmals, nicht immer oftmals, schon bestrebt sind nach kontinuierlicher Weiterentwicklung. Egal, ob es jetzt gerade gut läuft oder nicht. Aber oftmals sind ja die, die haben nicht mal eine Firma, die haben nicht mal Mitarbeiter, sondern die machen es alleine. Also warum ist es jetzt wichtig, zu antizipieren? Okay. Da würde ich noch einen Schritt davor gehen. Antizipieren ist ja eine Fähigkeit. Und die hat nicht jeder. Punkt. Die hat einfach nicht jeder. Die Frage ist letztendlich, was muss man denn tun überhaupt in der Firma? Was ist das Aller, Aller, Allerwichtigste in einer Firma? Übrigens auch privat genau das Gleiche. Und zwar ist das, in welcher Phase, so würde ich es mal ausdrücken, in welcher Phase, Lebensphase, was auch immer, befinde ich mich denn gerade? Und das hat jetzt was mit Statistik zu tun. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, aber das hat was mit Statistik zu tun. Also das heißt, bin ich jetzt in der Phase von, boah, mir geht es total krass. Also so nach dem Motto, es ist von allem genug, mehr als genug, also viel, viel, viel da. Also voll Aufträge, Happiness, Geld ist auf dem Konto. Also mir geht es richtig krass gut. Das ist ja im Endeffekt eine Phase, die man hat. Und was einem nicht bewusst ist, was einem nicht bewusst ist, ist, dass diese Phasen im Leben sich permanent ändern. Die sind einfach, mal geht es hoch, mal geht es, also man hat eben unterschiedliche Phasen. Es ist eigentlich genauso, wie wenn du dir jetzt am Finanzmarkt mal einen Börsenchart anschaust. Es kann niemals, man nennt das japanische Kerze, man kann niemals, also man wird niemals die exakt gleiche Bewegung, ich glaube, irgendwie drei oder vier Mal in Folge sehen. Keine Ahnung, nagelt mich nicht fest, aber es wird niemals immer die gleiche Bewegung sein. Es muss in eine Richtung gehen. Exakt, also um jemandem wirklich da draußen das jetzt real zu machen, ist das ein super krasses Beispiel. Schau dir einfach Börsencharts an. Das ist genau das Ding, krieg Gänsehaut, das ist genau das Ding. Weil daran erkennst du es perfekt. Das ist halt einfach, es ist immer Bewegung im Spiel. Und es ist ja ein Spiel. Es ist immer Bewegung drin. So, pass auf. Aber das Problem ist, dass ja keiner wirklich diese Charts lesen kann. Deshalb braucht man ja Chartanalysten und so weiter. Die meisten können es einfach nicht lesen. Und jetzt adaptieren wir das mal oder transportieren wir das mal auf das Business-Dasein. Und ich nehme nur mal so ein paar Phasen. Also zum Beispiel eine abfallende Kurve. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, ich schaue mir das einmal im Jahr an. Ist das gut? Oder ist das schlecht? Natürlich ist das schlecht. Das ist beschissen. Das ist einfach falsch. Wenn ich mir das jetzt alle drei Monate anschaue, macht das Sinn? Auch nicht. Ist schon besser. Einmal im Monat? Ist auch nochmal besser. So, und die Frage ist, was wäre denn richtig? Wöchentlich. Minimum. Also das ist die sicherste Variante auf der Wochenebene, jetzt im Sales, sich das anzuschauen. Weil innerhalb von, sagen wir mal, sieben Tagen oder fünf Tagen kann immer mal was verrutschen und das wird durch einen anderen Tag ausgeglichen. So, was aber denn jetzt die Benchmark? Also was der Vergleichs, weil Statistik hat ja immer was, du brauchst ja bei Statistik immer zwei Zahlen, die du miteinander vergleichen kannst. Ja. Okay? So, das heißt, die Benchmark ist immer die Vorwoche. Und zwar nicht der letzte Monat, weil da geht nämlich der Betrug schon los. Außer, jetzt muss man dazu sagen, außer du, also es ist, man hat ja schon bestimmte Parameter, die habe ich auch oder haben wir auch in unserem Sales bestimmte Parameter, die wir schon, wo wir auf Monatsbasis counten, wo wir dann natürlich als Vergleichswert den Vormonat nehmen. Absolut. Aber jetzt mal allgemein gesprochen. Dann wird nicht so viel verrutschen. Natürlich guckst du dir den Monat an, aber wenn du so richtig so ein bisschen auch challenge, weil du musst ja in der Firma, die Firma muss ja an gewissen, die muss ja auf Spannung bleiben. Verstehst du, wenn die Firma nicht auf Spannung bleibt. Ganz kurz, da will ich einhaken, weil das ist auch ein sehr interessanter Punkt, Spannung, der auch ja damit zu tun hat, mit dieser kontinuierlichen Antizipieren von Dingen, wie erkenne ich das? Viele Firmen sind ja gar nicht auf Spannung. Es wird so einfach in den Tag reingearbeitet, in den Tag reingelebt, so mal gucken, was der Tag so mit sich bringt, nach dem Motto. Ja, also Spannung bedeutet ja immer den Vergleich zwischen, wo will ich hin, also einem Ideal, so soll es sein, also soll und dem ist. That's it, daraus entsteht Spannung, jetzt mal ganz einfach gesagt. Und da muss ich halt einfach, jetzt, wenn aber natürlich da keiner drauf ist, der die Disziplin hat, zu sagen, hey Leute, pass auf, wir sind hier nicht auf, wir sind hier noch weit weg von unserem Sollzustand und wir kommen, verfallen jetzt in so eine gewisse Zufriedenheit und machen wir uns mal nichts vor. Überfluss, ja, also du hast von allem genug, ist die größte Gefahr, ist das größte Ding, weil das macht Leute bequem. Das ist uns alle, ja, und jetzt verhalten sich die Menschen alle gleich. Alle verhalten sich, also alle ist jetzt natürlich verallgemeinert, aber die verhalten sich gleich, wenn eben dieses zu viel oder mehr als gebraucht da ist. Das heißt, man fängt jetzt an, eben dumme Dinge zu tun, ob das Autos sind, ob das was auch immer ist. Also das heißt, man tut nicht das Gegenteil von dem, nämlich sparen, Rücklagen bilden, Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu steigern, sondern man fängt an, rauszuhauen. Zufriedenheit, oh ist doch alles geil, ist doch alles cool, Weiterbildung, ach brauche ich doch gar nicht, läuft doch alles. Also das ist ja auf allen Ebenen zu sehen. Also mit sparen ist jetzt aber natürlich nicht gemeint, nicht in das Unternehmen nicht mehr zu investieren. Genau, das ist der Unterschied. Der Unterschied ist, wenn du in so einer Phase bist, investiere in, dass du bessere Leistung bringst, dass du mehr Umsatz machst. Vor allen Dingen die Dinge etablierst, die Dinge beibehältst, die du bisher getan hast und nicht stoppst und kaputt machst. Das ist übrigens auch, da wo es gut läuft, macht man irgendwelche Dinge kaputt oder hört auf, diese Dinge weiterzutun. Du sagst, ja, ich nicht. Nein, aber wenn du nur zwei Dinge miteinander kombinierst, nämlich Statistik, um diese Grafiken, was meinst du denn, warum es an der Börse in einem Chart keine Balkendiagramme gibt? Gibt's nicht. Es gibt keine Balkendiagramme, weil das Rotze ist. Du brauchst richtige Grafencharts, weil daran kannst du wirklich sehen, was abläuft. Rauf, runter, rauf, runter, weil daran kannst du wirklich sehen, was los ist. Hast du schon mal ein Balkendiagramm gesehen an der Börse? Nö, gibt es nicht. Warum denn? Weil die schlau sind, weil die schon gecheckt haben, wie können wir denn am besten einen Chart, einen Verlauf analysieren. Das geht nur durch den Grafen. Du musst es vergrafen. Das macht Sinn. Ja, und an der Stelle machen die Leute genau eigentlich das Falsche. Nachlässig werden, nicht mehr investieren, lange Urlaube machen. Boah, ich habe ja jetzt so eine stressige Zeit gehabt. Auf dem Golfplatz stehen. Und oh Gott, das will jetzt, kannst du dir aber mal was gönnen. Soll ja so sein, ist ja alles nicht die Frage. Aber gönnen bei gleichzeitiger Erhaltung der Power. Es ist ja auch eine Frage der Prioritätensetzung dann in dem Moment. Wenn halt dann deine Priorität ist, dir es jetzt gut gehen zu lassen oder zu sagen, meine Priorität ist, mein Business weiterzubringen. Aber parallel mache ich auch einen Urlaub. Das ist ein anderer Fokus. Ja, absolut. Und die Fehler werden halt immer da gemacht. Das ist immer dasselbe. Die Fehler werden da gemacht. Weil du bist über so einer bestimmten Zone noch nicht drüber weg. Oder Phase noch nicht drüber weg. Und jetzt kommt eine weitere wichtige Botschaft. Und das war auch von mir in den letzten Monaten eine große Erkenntnis. Das ist, du kommst nicht einmal und bitte Vorsicht auch an alle da draußen. Du kommst nicht einmal in eine Phase und dann bleibst du in der immer. Das ist Schwachsinn. Das ist ein Märchen. Ja, du kommst. Das ist wie in der Freundschaft. Da gibt es gute Zeiten. Da gibt es schlechte Zeiten. Wie in der Ehe. Da gibt es gute Zeiten. Da gibt es aber auch schwierigere Zeiten. Da muss man sich zusammenreißen. Da muss man Disziplin reinbringen. Da muss man kommunizieren. Dem anderen zuhören. Das hat alles Mögliche, was da ist. Und wenn man dann die Dinge nicht tut, die wichtig sind. Und die sind genauso wie ein Börsenchart. Vollkommen unterschiedlich. Und du rutschst immer wieder da rein. Jetzt stell dir aber mal vor, dass wenn du jetzt in der Phase bist. Und du weißt noch nicht mal, was du in der Phase tun musst. Und dann kommt diese totale Verwirrung. Und dann kommt genau das, was du gerade gesagt hast. Nämlich, du bist off track. Alles easy. Ich muss nichts tun. Ich bin ja super. Also muss ich an mir schon gar nichts verändern. Da sind dann die Leute, die dann die großen Schutzmechanismen um sich herum bauen. Selbstständige, Kleinunternehmer, Makler. Es ist auch völlig egal, wer es ist. Und es ist auch gar nicht böse gemeint, weil wir verstehen euch. So, kann man ganz klar sagen. Wir verstehen euch total. Aber dann kommt dieser Schutzmechanismus. Nee, ich will jetzt nichts. Ich mache jetzt nichts. Bei mir läuft alles super. Gerade drei Objekte reinbekommen. Kompletter Bullshit. Und genau da musst du dich mit den wichtigen Dingen beschäftigen, um zu erhalten, um weiterzumachen und da drauf zu bleiben. Um sozusagen in deiner Statistik weiter zu steigen, sodass du irgendwann dein Unternehmen in den Zustand reinbringst, dass es nichts mehr umhauen kann. Und selbst da hast du trotzdem auch Phasen, wo, ich nenne sie mal so Schwierigkeiten kommen können. Vielleicht irgendwie Mitarbeiter werden krank. Oder, was weiß ich, auf einmal, das ist so ein ganz guter Indikator, auf einmal fangen so die ersten Objekte an, holprig zu werden zum Beispiel. Oder vielleicht auch mal Kunden werden schwieriger. Kennst du das so Lebenssituationen, wo auf einmal irgendwie Probleme kommen? Da gehen Dinge kaputt. Auf einmal irgendwas geht kaputt. Irgendwas läuft nicht rund. Irgendwo Trouble. Und das sind schon, da wo anfängt, wo Trouble kommt, kannst du schon die Uhr nachstellen. Das sind so Vorzeichen von Sturm. Das ist halt so das Ding. Und ich kann halt jedem nur anraten, Statistik einzuführen. Jetzt wissen natürlich viele nicht, wie macht man eigentlich richtig Statistiken. Gut, dafür gibt es ja Abhilfe. Genau. Und am Ende des Tages kann man dann auch ein bisschen ruhig bleiben, weil man weiß, was man dann tun muss. So sieht es aus. Lassen wir uns das einmal ganz kurz zusammenfassen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr klug, wenn man sich kontinuierlich damit auseinandersetzt, in welchem Zustand sich die eigene Firma gerade befindet. Ja, ich mich selbst übrigens auch. Ja, man sich selber, genau, man sich selber auch. Zweitens, man muss immer sein Business auf Spannung halten. Drittens, man darf sich niemals damit zufrieden geben mit dem, wie es ist. Warum? Weil es ist temporär. Egal, wie sehr du denkst, dass du im Sattel sitzt, alles ist temporär. Alles ist vergänglich. Nichts bleibt immer gleich, wie bei einem Börsenchart. Und viertens, trag dich einfach mal ein für ein Erstgespräch, weil am Ende können wir dir zeigen, welche Hebel, welche Stellschrauben gibt es möglicherweise in deiner Phase, selbst wenn dein Business gut läuft, an die du noch gar nicht gedacht hast. Die du vielleicht noch gar nicht kennst, die dir noch überhaupt nicht bewusst sind. Wo du aber sagst, okay, das macht Sinn und das wird dein Business nochmal aufs nächste Level bringen. Weil oftmals sind es die Dinge, die im Verborgenen liegen, die dann aber für maximale Returns sorgen. Ja, vielleicht nur eine Sache. Ich meine, wir haben ja heute darüber gesprochen, dass sich ein Interessent, wo vor einem oder anderthalb Jahren ein Gespräch stattgefunden hat. Wo noch alles gut lief. Alles war toll, alles war cool. Ja, und jetzt hat er sich relativ hektisch eingetragen und möchte einen Termin haben, weil jetzt auf einmal was nicht funktioniert. Und was halt nicht cool ist und was halt nicht smart ist, dass wenn man dann nach einem oder anderthalb Jahren feststellt, dass man halt im Morast steckt. Und das ist halt einfach nicht cool. Und warte vielleicht noch einen Punkt. Niemand, niemand, niemand und niemand kann von sich da draußen sagen, dass immer nur die Sonne scheint. Und das ist auch völlig unnötig. Der Punkt ist, wie Zufriedenheit. Zufriedenheit ist Rückschritt oder kein Fortschritt ist Rückschritt oder was auch immer. Das sind alles so Phrasensprüche. Was einfach nur wichtig ist, ist, in dem Moment, wo, und das ist der übelste Indikator, finde ich, ist Langeweile. Wenn dir langweilig ist. Also wenn keine Action ist. Weil dann steigst du, dann ist dir das Spiel langweilig geworden. Und das Maklerspiel ist ein geiles Spiel. Ja, und da ist halt viel zu tun. Und da ist, ne, und wenn halt Geld verdienen an sich der Purpose wäre, dann ist natürlich klar, dass der immer weg ist, dieser Purpose, wenn viel Geld da ist jetzt in dem Moment. Und zwar in dem eigenen Erleben, was ist für einen viel Geld. Und dann ist natürlich auch das Spiel auf einmal weg. Also wenn du das Spiel aber mal ein bisschen anders definierst und sagst, mein Purpose ist, hey, ich muss den Leuten da draußen helfen, dass sie bei dem coolsten Makler ihre Immobilie verkaufen und ich muss Top-Leans-Leistungen liefern und so weiter und so fort. Also einfach mal so ein bisschen über das Warum nachdenken. Und eben Geld ist die Folge von guter Produktion. Ja, also wenn man eine coole Leistung abliefert. Ja, das ist halt das Coole dabei. Absolut. Geil. Perfekt. Also wie gesagt, es ist Zeit aufzuwachen, mal genau hinzuschauen und zu handeln. Ähm, und wie gesagt, äh, Weiterentwicklung ist nicht, also weiter, also ich sag mal so, das, was wir tun mit unseren Kunden tagtäglich. Weil viele Leute sagen auch am Telefon immer so Sachen wie, ja, ich will gar nicht wachsen, deswegen brauche ich das nicht. Es geht nicht immer nur um Wachstum, es geht auch um Erhalt, ja. Es geht auch darum, das, was gerade ist, zu erhalten, weil auch das ist nicht immer gleich, ja. Aber wie gesagt, ich denke, wir haben genug in die Richtung. Nee, ich muss da noch einen Satz so sagen, weil der Punkt ist einfach der, das ist dieser, ich will nicht wachsen, ist Schwachsinn. Sorry, dass ich das mal so sagen muss, ist einfach Schwachsinn, weil das wäre so ungefähr so, wenn die Natur im Frühjahr sagt, ich wachse nicht. Dann wird es keinen Sommer geben. Und wenn der Herbst an der Tür klopft und sagt, pass auf, wir brauchen jetzt den Herbst, weil die Natur muss sich jetzt wieder erholen oder was auch immer. Dafür gibt es die Jahreszeiten und unternehmerische Jahreszeiten gibt es halt nun mal auch. Aber am Ende des Tages ist es einfach so, dass das Ganze Veränderung unterliegt. Und wer Veränderung ablehnt, wir leben für und von Veränderung. Und wer Veränderung nicht anschaut, ja, der kriegt es auf die Nase. Ganz einfach. Veränderung gehört zum Leben und Wachstum auch. Und eine Firma, die nicht wächst, geht kaputt. Punkt. Ausrufe, Zeichen, ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018